Mittlerweile ist New World schon ein paar Tage draußen und es gibt nach wie vor jeden Tag mehrere tausend Spiele auf den Servern, die ihre Abenteuer erleben, Questen bzw. Waffen und Gegenstände herstellen. Eines der Expeditionen habe ich mit ein paar Kollegen anspielen dürfen und habe euch jetzt hier mal den groben Teil zusammengefasst, damit ihr mal einen Einblick bekommt, wie so ein Endgame Dungeon eben aussehen kann. Viel Spaß mit dem Video, Freunde, denkt ihr mal an den Daumen, wir legen auch direkt schon los. Auf geht's! Willkommen zurück auf meinem Kanal und damit zu diesem neuen Video. Die Dungeons bzw. Expeditionen in New World sind neben dem sehr guten Loot, welches man farmen kann und durch den Endboss erhält, auch sehr gut geeignet, um einen Haufen an Erfahrungspunkten abzustauben. Deshalb wollte ich euch hier mal einen Einblick in eines der Endgame Expeditionen geben, welches ich mit den Jungs von Eternum Quest, Highscore Heroes und Nextdoor anspielen durfte. Es handelt sich hierbei um die Level 60 Expedition namens Garten des Ursprungs. Und wenn ihr auch in Zukunft keine Videos zu diesem oder anderen Spielen verpassen wollt, schaut gerne vom Kanal vorbei, checkt auch gerne meine Playlisten ab, lasst ein Abo da, würde mich freuen. Legen wir also los! Den Schlüssel bzw. den Zugang zu den Dungeons generell erhaltet ihr in Game meistens durch die dazugehörigen Quests, die ihr während des Spielens ebenso absolvieren müsst. Optimal ist es, wenn ihr mit 5 Leuten in einer Gruppe startet, da ihr so eben sehr schön die Aufgaben bzw. die Eigenschaften der Mitspieler verteilen könnt. Ich selbst bin als einfacher Tank mit Schwert, Schild und Hammer ins Rennen gegangen, wobei ihr das für euch selbst immer wieder ausprobieren solltet, wie gut euer Setting funktioniert. Jetzt aber viel Spaß mit dem Gameplay und bis zum nächsten Video Freunde, bis dahin macht's gut, denkt an den Daumen, wir legen los! Okay, let's go! Uh, yep. Wobei der Schaden, den ich auszahlen, eigentlich ganz nice ist. Außen 400. Oder auch halt drüber drüber. In Ruhe. Boah, so ein Mist. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Was ist das? So kann es gehen, ey. Unfassbar, nicht einmal gestorben. Nicht einmal gestorben. Nicht einmal gestorben. Ah, das ist ein Teufl. Oh, das ist ein Teufl. Es wird auch noch ein Teufl. Oh! Ich hab ein bisschen anlucky, dass der vorher im System ist. Wir brauchen den Greis. Hier ist dieser Dings zum Reinigen. Machen wir diesen Samen. Müssen wir den da vorne einsetzen. Ah, da musst du das Ding verteidigen. Oh, ja stimmt. Ich werde das Ding verteidigen. Jetzt würde ich das anstoßen. Die einen habe ich fertig hier. Der hat den Bogen gesucht. Der hat den Bogen gesucht. Ich habe einen Bogen gesucht. Der hat den Bogen gesucht. Was ist das? Oh, come on! Ja, gut. Wenn mich keiner angreift, kann ich ihn schön damagen, das geht gut ey. Boah, den naschen wir schön weg ey. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir nehmen da eine komischen Duplikare. Sehr gut. Beide mit dem Hammer, alles hoch. Mega, was geht denn jetzt ab, ey? Aber es ist noch lange... Oh nein! Ich wär beinahe runtergefallen. Ist gesehen! Ja. jetzt kommt die scheiße oder doch doch achte scheiße muss aber noch mal geheilt werden vorher das erkennst du den ja ja Eeeh! Oh mein Gott Ah, ich hab jetzt voll dem seine Ackbau aufgenommen Oh mein Gott Jetzt macht er das, guck Wir haben's blockiert, oder? Hey, lass dir dieser komische Pilz Okay.